Hallo liebe Studenten, ich habe gehört, ihr seid gar nicht zu Hause an diesem schönen Tag. Da habe ich mir gedacht, so noble Leute, die sich so um die Bildung sorgen, auch denen muss man einen Besuch abstatten. Sehr schön. Könnt ihr denn auch ein Lied singen? Der ist guter Jan. Eins, zwei, drei, vier. Freunde, schöner Bildungsfunke, Kinder und der Schulfabrik, Komme raus aus den Spelunken, hab die Zukunft fest im Blick. Die Gesellschaft steht nun wieder auf des Messers blankem Schneid. Denn wer Stumm das alles leidet, der ist nicht mehr ganz gescheit. Wen der große Wurf gelungen, heute ein Studen zu sein. Wer die Doktor wird errungen, stimme in den Chor mit ein. Ja, wer auch nur einen Lehrstuhl, seinen auf den Herden rund. Wer das nicht versteht, der stehle, weinend sich aus dieser Rund. Lasst uns alle protestieren, gegen des Ministers Hand. Der die Studien gehören, uns hat auf den Pelz gebrannt. Alles will er besser machen, macht in Wahrheit nur kaputt. Und die Uni ist das Opfer, bis zum Hals im Bildungsschut. Dann rufen wir ganz laut. Schneid Ruprecht! Hallo, Schneid Ruprecht. Schau mal, ich glaube, hier hast du noch ein paar böse Kinder drin. Ich sage, ich sage, verdammt, es geht ein Wolf um, ein Wolf geht um. Und ich habe gehört, es tritt die Studierenden. Ein Wolf, ein Heubisch, ein Heubisch. Ein Heubisch-Wolf. Ein sogenannter Problem-Wolf. Was können wir da tun? Wir stecken in den Schacht, in den Mülleigen-Schacht. Ja! 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 Ja!